Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Mein Name ist Verena. Ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin und begrüße euch in meinem kreativen Chaos. Heute ist wieder ATC Mittwoch und ich habe noch von meiner letzten Kartenbastel-Aktion habe ich noch diese Rehlein übrig. Die sind aus dem Weihnachten im Wald. Oh, ich sehe gerade, die Kamera ist auf Auto. Moment, das muss ich gerade nochmal umstellen, weil sonst ist die nämlich hier die ganze Zeit echt nervig rumärgern. So, also Weihnachten im Wald, da ist dieses Rehlein her, das ist auch ausgestanzt mit der passenden Handstand. Ich glaube, die heißt Reh oder Hirsch, irgendwie so. Und ja, das hatte ich halt wie gesagt noch übrig. Da habe ich mir gedacht, dann machen wir doch mit dem Reh eine kleine Winterlandschaft. Und zwar habe ich hier einmal die Tannenbäumchen und ich habe noch grüne Hintergründe. Die habe ich vor Ewigkeiten mal gemacht, davon habe ich noch eine ganze Menge. Die werden also öfter mal zum Einsatz kommen. Und die möchte ich jetzt einmal mit diesen Tannenbäumen bestempeln. Und dann so eine kleine Winterlandschaft generieren. Und ja, hoffe, dass das ganz hübsch aussieht. Gut. Ich muss nur mal schauen. Ah, schaut mal, der große passt da sogar auch drauf. Huch. So. Und zwar nehme ich mir für die Tannenbäume einmal Lodengrün. Stempel mir das ab. So. Na. So. Muss ich nur gucken, dass ich auch treffe. Ah, sehr schön. Und den hier nehmen wir gleich auch. Ihr könnt da auch theoretisch zum Beispiel einen Drau nehmen. Dasselbe stimmt auch richtig schick aus. Aber ich wollte jetzt so ein bisschen grün in grün bleiben. Und so, das mache ich gleich sauber. Zack. Ich möchte nämlich im Vordergrund, möchte ich nämlich mit Seidenpapier noch eine Schneelandschaft gestalten. Und eigentlich war heute geplant, dass ich mit euch eine, ähm, Alkoholink, äh, also einen Alkoholink-Hintergrund mache. Doch leider hat mir, ähm, DPD ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und hat trotz Abstellerlaubnis das Paket wieder mitgenommen. So, dass ich das jetzt erst in Timbuktu abholen kann. Yay. Bin ich wirklich sehr gefreut. Oh. Und das ist immer mit diesem Verein so. Also. Ich habe an dem Tag mehrere Pakete bekommen. Zum Beispiel von, äh, Smarticula. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Aber da habe ich mir, ähm, unter anderem das Selbermachen statt Kaufen. Ich habe mir auch den grünen Faden, warte, den zeige ich euch gerade auch mal. Ähm, den habe ich mir da auch bestellt. Weil, ähm, ich bin eigentlich, also, das ist, das ist der hier, der ist, im Original ist der so, so giftgrün. Ähm, den gibt es mittlerweile in verschiedenen Farben. Habe ich das Ding noch? Hier, also, den gibt es mittlerweile in verschiedenen Farben. Ich habe, pff, morgen, morgengrau oder irgendwie sowas. Morgen, morgendämmerum, keine Ahnung. Ähm, und ich habe mir da auch tatsächlich extra die Mängelexemplare bestellt. Weil, ähm, ich das schon immer total cool fand, Mängelexemplare zu haben. Ich weiß auch nicht, warum. Aber die sind halt so, die haben halt teilweise so einen schönen Charakter. Die haben halt irgendwie, ist irgendeine Seite ein bisschen komisch gestruckt oder sowas. Und ich glaube, also, das Einzige, was ich hier gesehen habe, ist, dass tatsächlich bei einer Seite der Druck ein bisschen falsch ist. Mal gucken, ob ich es noch gerade finde. Und dafür habe ich dann halt einfach auch die Hälfte weniger bezahlt. Oder mehr als die Hälfte sogar. Also hier, hat man hier, das sind dann hier so, so Fehldrucke im Prinzip. Das kann man natürlich dann nicht mehr zum normalen Verkaufspreis. Ähm, oder hier. Ähm, aber zum Wegschmeißen, nur weil das ein bisschen fehlgedruckt ist, ist doch Quatsch. Und, ähm, ja, also das habe ich mir auf jeden Fall bestellt. Und dann habe ich mir noch, das hebe ich jetzt allerdings nicht hoch, das ist nämlich sauschwer, ähm, so, so, Zitronensäure, Waschsoda, Natron und, ähm, Kernseife bestellt, um unter anderem Reiniger und sowas selber zu machen. Weil ich halt wirklich auch einfach meinen, meinen Fußabdruck ein bisschen verkleinern möchte. Ich meine, ich habe Schuhgröße 42, 43, da darf ein bisschen kleiner werden. Ähm, okay, blöder Witz, aber ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, ja, da kam, an dem Tag kamen wirklich einige Pakete an. Alles überall super geklappt, alle auf der Terrasse abgestellt, nur DPD nicht. Mal wieder, super. Ha, ja, also, jetzt nehme ich, ähm, das ist von meiner Goodiebox, da ist immer so schönes Seidenpapier drin. Das reiße ich mir jetzt einfach, ähm, ab. Ich nehme mir das so ein bisschen. Und gucken, dass ich das hier einigermaßen, es soll ja schon nach Schneelandschaft aussehen, das heißt, das darf dann natürlich auch, ähm, ein bisschen weiß sein. So, wie haben wir das? Passt das so? So, wie groß darf das denn sein? So. So. Und dann legen wir das hier so rein. Und noch mehr reinlegen. Das ist hier so richtig schön. Lagenmäßig arbeiten. Andersrum, dann aber da keine so krasse Kante. So, Moment. Ich arbeite übrigens wieder an einem nächsten, äh, Projekt. Und zwar habe ich angefangen, das zeige ich euch gleich. Nicht hier, ich meine auch immer 25.000 Sachen gleichzeitig. So. Erstmal hier. Klebe, das ist ganz normales Abreißklebeband. Klebe ich mir jetzt ab, wo, warte, ich nehme, ne, doch, das, das ganz dicke, das ist zu dick. Kommt hier einfach drauf. Auf jeden Fall habe ich, oder bin ich dabei, mir für das Jahr 2022 ein kleines Büchlein anzulegen. Indem ich für jeden Tag einen, ähm, ähm, einen Sketch, also einen Kartensketch hin, also fertig mache. Und da bin ich jetzt, ähm, also ich glaube irgendwie bei etwas über 20 Kartensketchen verschiedenen bin ich jetzt schon. Und, ja, mal sehen, was das so gibt. Und, ob ich das durchhalte, das ist ja auch immer noch so die Frage. So. Jetzt gucke ich mal. Also das ist jetzt hier auch einfach, ich probiere jetzt einfach aus, ob das funktioniert, ne. Und so. Ich bin da ja relativ schmerzbefreit, mehr als dass es doof aussieht, kann nicht passieren. Und von daher... Schauen wir einfach mal. Schön hier noch so ein bisschen rumkruscheln. Hier das Rehen. Das sieht schon interessant aus. Also, ich meine, das gewinnt vielleicht keinen Schönheitswettbewerb. Aber ich finde es ganz leckisch. So, das schneide ich jetzt hier einfach mal ab. So. Da, Mensch, Nutz. So, ich habe noch so Kreise über. Ich glaube, das ist aber zu viel, oder? Das mit der Beleuchtung ist immer noch nicht... Ne, das ist zu viel. So. So, dann kriegt das Reh noch ein paar Vergrößerungen. Plateauschuhe oder so. Und dann... Ah, ich habe noch was vergessen. Und zwar habe ich in meinem letzten Video ja gesagt, dass ich diese Glitzerfarbe habe. Die... Da ist sie. Die ist, ähm... Die ist, ähm... Das ist Allprose Ink. Das ist Champagner Mist. Und die gab es mir bei Stampin' Up. Die haben wir... Ich weiß gar nicht, ob wir gar keine mehr haben oder welche... Ob wir noch welche haben. Aber, ähm... Ja, die finde ich auf jeden Fall super, super schön. Und da werde ich jetzt hier mit meinem Spatel... Ich mach nur so ein bisschen... Oh, das ist ja grün drauf. Nein, dann muss ich das aber hier drauf machen. Dann brauche ich Wasser. Und zwar so einen Wassertankpinsel. So. Vermischen. Dann können wir hier auch noch den Rest mit abnehmen. Ist ja schade drum sonst. Ich meine, alles kriegen wir davon nicht ab, aber... Zumindest ein bisschen. Dann können wir das beglittern. So. Gucken wir mal. Da geht noch was. So. Das könnt ihr auch theoretisch mit, ähm... mit Fingern machen. So. Ja. Jetzt machen wir mal hier aber noch... Noch ein bisschen mehr. Nein. Das ist Schneelandschaft. Hier machen wir es auch. Hier lass ich jetzt mal den Schnee weg. Einfach um... den Unterschied zu haben. Das glitzert schon sehr schön. Auf jeden Fall wieder zumachen. Wenn ihr so dappig seid wie ich, landet das überall. Dann nehmen wir hier aber... Hier aber... So, hier. Machen wir es hier. Ich glaube hier das... Genau. Hier nehme ich den mit dabei. Aber dann haben wir zwei verschiedene Varianten. So, hier kommen jetzt die Dimension jetzt an. Na? Und das andere klebe ich... Ich glaube ich das mit der Dimension jetzt auf und klebe ich das so auf. Ne, ich glaube das klebe ich so auf. Ich finde das hat richtig was. Das kommt jetzt... Ich muss mal hier das Licht wieder ein bisschen dunkler machen. Ich glaube das ist wieder zu hell. Die Kamera stellt dann auch irgendwie noch so komisch nach. Das glitzert hier wunderschön. Und hier haben wir noch... Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube da mache ich einfach noch mal einen Streifen Kleber drauf. Dann machen wir da nämlich auch noch mal ein bisschen Schnee drauf. Dann ist quasi das Reh vom Schnee umweht. Das ist ja bestimmt auch nett. So, machen wir den mal ab. Was einem so für Ideen kommen, ne? So, einfach hier mal ein bisschen abreißen. Und nochmal ein Klebestreifen. So, machen wir den mal hier drüben. Das muss man hier nochmal abmachen. Da kann man so richtig mit Lagen arbeiten. Nicht zu viele Lagen, weil sonst wird's halt auch einfach... einfach... zu dick. Aber das ist ja jetzt so dünn, das Pergamentpapier. Da tut sich ja nix bei. So. Nehmen wir hier so eine richtige... Ich meine, klar, in der Hülle wird das natürlich platt gedrückt. Aber... So finde ich das schon ganz cool. Das war's. Wie mache ich das denn jetzt hier mit dem Licht? Das tut mir wirklich leid. Ich versuche da echt... Ne, das kommt nur von der einen Seite, das Licht. Ich will's ja anhaben. Vielleicht ein anderes Licht. Es ist... Es ist wirklich hier eine Katastrophe mit dem Licht. Naja. Ich hoffe, ihr könnt's einigermaßen erkennen. Hier einmal das Reh im Schneegestöber. Und hier einmal das Reh im Glitzer... Kreis. Was weiß ich. So, dieses... Dieser Champagner, Mr. Hedlitz, hat so wunderschön... Schade, dass ihr das nicht richtig sehen könnt. Gefällt mir richtig gut. So, aber das war meine Idee für heute. Mal wieder ein bisschen Reste verarbeitet. Ein bisschen Müll verarbeitet. Und... Dummzeug gequatscht. Und... Es tut mir so leid. Ich krieg das... Irgendwann krieg ich das hin. So, auf jeden Fall. Ähm... Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Bleibt kreativ. Und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos. Ciao. 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 attacks. Ciao. 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 iędzy gchao. social. Wat Municipal live dos sind�� gebeur05 мира. Baba makers. Wiella letят. becca sm NS. Bis zum nächsten Mal.